Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in NotoFarmburg und heute sind wir mal als Fake-Medic unterwegs, beziehungsweise als Undercover-Polizist. Mit dabei sind wir da Greffel und Nobody, herzlich willkommen. Moin. Die waren da schon im letzten Video dabei, wo ich als Crime, also wir waren als Crime unterwegs. Den Videolink findet ihr auch in der Videobeschreibung, wo ich sagen würde, los geht's, mal gucken, welcher Verbrecher wir finden hier. Oder welcher auch nicht. Bin mal gespannt, ob die die Flinte riechen, ob die Braten riechen. Ähm, genau, mal gucken, ob irgendwie die Crimes abhauen oder denken, wir sind deren Freunde, weil wir Medics sind eigentlich, man weiß es nicht. Müssen wir erst mal gucken, wie viele Crimes überhaupt hier sind. Wir haben zwei, vier, sechs, acht, ja, guck mal, reicht ja wohl, ne? Äh. Oder vielleicht, oder? Ja. Ja. Wir müssen mal Undercover bleiben, ne? Oh, Juwelier, ist ja perfekt, wir rennen erst mal rein jetzt hier mit Taser, oh, ja, genau so. Und weg-tasern erst mal, als Medic einfach hier. Ab ein, ab ein, ab ein. Jawohl, nochmal tasern hier, zack, noch einen. Da ist noch einer rausgerannt. Noch einer rausgerannt. Wie, der ist noch rausgerannt. Was, jetzt reicht's so langsam, wie Sob-Six kriegt der hier rein. Der braucht gar nicht rennen hier. Wir sind Medics hier. Der hat ne Wunde. Ich bin Medics. Der Amel, das ist der, das ist der Amel, oh. Okay, dann Cuff-Rush. Cuff-Rush, ja. Cuff-Rush auf der Hals. Ja, kein Problem. Ja, es hat ein wenig Platz hier, ne? Ach so, stimmt ja. Ja, nicht schlimm, ich warte. Oh, ne, ich bleib hier, ich bleib hier, ich bleib hier. Ach Quatsch. Ne? Ich bleib hier. Ne, nimm den Cry mit, du gehst auch. Ich renne jetzt einfach hin, ich hab Energy Rings, kein Problem. Ich bin Sportler. Wir können auch, äh, Ding nehmen, wir können auch ein T6 nehmen. Ne, 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 bloß nicht. Ach so, der Amel? Ja, komm hier, Amel. Ja, ja. Es reicht jetzt hier mit Amel, ne? Jetzt reicht's. So, Amel, ne? Ja, wurde direkt gefangen, ja. Der denkt wahrscheinlich auch, der Brewer ist hier los, Leute. AfK gegangen einfach grad. Der hat schon, der hat schon keinen Bock mehr gehabt. Ja, der wollte schon reporten, wegen, weil Medics schafft es auch. Hier, am Hecken sind die hier, was hast du denn hier, scheiß Medics hier, ey? Ja. Das wäre auch geil, wenn wir irgendwo stehen, als Medics einfach Blitzer rausholt, einfach dreimal blitzen. Zack, zack, zack. So einen Busfahrer, such mal so einen Busfahrer am besten. Such mal so einen Busfahrer. Ui, wir haben ja noch Vorreiche gesehen. Und dann Sirene ausmachen. Ja, warte, ich muss das mal fahrzeugen. Dann war vorher... Ja, Elk, 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 Elk. Ja, den, den machen wir völlig, warte mal. Warte. Warte, ich habe erst mal rührt. Oh, Leute, der sieht das, der sieht das, warte mal. Der hat den Braten gerochen jetzt, warte mal. Wo muss er überhaupt hin? Einfach einschleichen, keine Ahnung. Ich lege ihn einfach ein. Ja, ja. Dann, ah ja, der, ach so, ich glaube, war das gut die Festnahme bekommen. Ach, der musste halt so raus. Der hat auch was zu machen. Hä? Keine Ahnung. Der ist ja wahnsinnig geworden, ist der, glaube ich. Hebrä. Was wird ihm denn los jetzt hier? Hallo, wollte ich aber... Jetzt dreht er komplett durch. Jetzt dreht er komplett durch. Ich glaube, der muss, äh... Da rein, was? Nee, der muss, äh... Kann auch sein, dass er hier rein muss, aber ich... Kann auch sein, dass er... Reparieren muss, was? Nein, dass er hier so hin muss. Aber ich glaube, er muss reparieren. Aber er... Nein, nein, er muss nicht sein, er muss, äh... Aber wir helfen ihm mal. Wie wir helfen? Wir helfen ihm mal. Oder ich. Gib mal. Der muss da rein, was? Ja, ja, ich kann fahren. Ach so, aah. Jetzt ist er hier hängen geblieben, ey. Ja, komm, wir schieben ihn komplett rein, jetzt reicht es langsam. Oh, ich bin halt zwischen der Achse hier. Ich bin zwischen der Achse und dem Anhänger hier. Das ist gut. Boah. Freiheit. Kann der losfahren eigentlich, wenn ich so zwischen bin hier? Naja, aber wenn du noch fahren darfst, dann kann er nicht fahren. Ich bin mal auf K, Leute, ne? Ach so. Guten Tag. Nein. Der arme. Hä? Wo ist denn Sakurier hier? Hallo? Hallo, Taxifahrer? Da ist er, da ist er. Hey, hey, hallo. Ja. Ruhig bleiben wir hier. Ich habe beide umgefahren. So, such jetzt mal einen netten Busfahrer. Aber der schreibt was, der schreibt was, der schreibt was, was schreibt ihr denn? Go away, schreibt er. Go away, PZ, beleide ich dich. Thank you. Thank you. Okay, jetzt kriegt der einen. Warte, lass den fahren, der kriegt deinen Blitzer ab, weil der so frech ist. Boah, guck mal, wie der düst, ey. Warte, jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Ist zu langsam, Gabriel. Ja, der gibt rein die Gas, ey. Ah ja, jetzt, jetzt, jetzt gibt er Gas, jetzt, jetzt reicht es ihm. Jetzt, jetzt, jetzt kriegt er ein, oder? Oh, was ist los bei dem, ey? Jetzt, jetzt, jetzt gibt er Gas, oder? Ne, er gibt kein Gas, ey. Äh, er gibt kein Gas. Und jetzt ist 100er. Jetzt ist 100er. Und jetzt ist 100er. Oh, Mann. Ey, das ist ja wohl, das ist ja wohl alles. Ah ja, das ist ihm gefallen. Ja, ja. Dann suchen wir uns einen Bus. Wollte ich was sagen, dann suchen wir uns einen Bus hier. Guck mal, halt die Stelle, war, ist keiner, keiner, glaube ich, am Fahren. Ich glaube, in der Stadt waren welche am Fahren, ne? Ja, Spaß. Da ist ein Bus, rechts, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Landstraße. Ein Doppeldecker-Bus. Ah, da, ist es? Ja, klar. Den machen wir fertig jetzt. Den machen wir fertig jetzt hier. Fahrt nochmal ins Heck rein. Falsch, dräng den schon mal ab von der Straße. Ne, ne, ne. Bleib undercover, bleib undercover, bleib undercover. Oh ja, ja, perfekt undercover. Ja, sehr gut. Genau so muss ich sagen. So. Warte. Da kommt noch einer. Kommt noch einer, warte mal. Warte. Der kriegt jetzt hier, der kriegt jetzt da vorne. Der kommt jetzt hier. 51, Fährte, was ist das denn jetzt hier? 55 nur. Was ist das jetzt hier? Jetzt reicht langsam hier. Äh, nichts gemacht. Raffel, Rathabischzone weg. Da steht da noch eine Kreuzungssicht auf dir. Warte, beste Rede. Wir stellen uns jetzt hier so hin. Undercover. Wir verfolgen am besten der, der jetzt in die Stadt reinfährt. Den verfolgen wir jetzt. Der fährt auf die Autobahn drauf, der andere. Jetzt blitzt man den. Dem blitzt man ja. Ja, jetzt. Na, die blitzt. Nein, nicht den anderen, der da vorne steht. Aber ich habe mich jetzt schon geblitzt, das fährt auch so langsam. Ist ja noch ein Fleischkonzert hier. Ey, man, extra wollen jetzt hier. Die Leute. Die jungen Damen. Okay, Leute, wir müssen jetzt den verfolgen, den Taxi da. Guck mal, der Gas gibt, ey. Guck mal, der Gas gibt jetzt. Hey, hey, hey. Jetzt, bleib hinter stehen, bleib hier stehen jetzt. Bleib stehen, der muss jetzt auch mal rum. Der jetzt Radarbeßel raus holt. Jetzt kriegt er, jetzt kriegt er einen. Jetzt hat er. Jetzt hat er stecken geblitzt. Jetzt hat er zurück. Oh, oh. Jetzt gibt's alle auf den Deckel jetzt. Jetzt reicht's, hat er gesagt. Hä? Was macht er jetzt? Jetzt wird er wahnsinnig. Er dreht durch. Ah, jetzt, jetzt. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Jawohl. Was, Alter, jetzt gibt er vorhin das? Jetzt aber. Jetzt wieder 50. Ja, wo, hab ihn, hab ihn, Alter, den Luca. Jawohl, Alter. Ja, wo haben wir alle? Hast du auch geblitzt, gerade? Nee, also ich habe, ich habe ganze geblitzt, aber... Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm, jetzt ist er wütend geworden. Hallo, 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 hallo. Jetzt verfolgt er irgendwie die Leute da. Der ist eh nicht Crime, der ist eh nicht Crime. Nee, ey. Er wird gleich Crime. Ich dachte. Stimmt. Obwohl der Hoflamut gerade ausgeraumt. Ach so. Okay, dann, äh... Wohl nicht, ne? Dann nicht. Ach so, der macht... Der kommt nochmal drauf, oder? Der macht RP gerade. Ja, Kasse. Jetzt hat er drauf, aber... Kasse 1 geöffnet. Kasse 1, die gibt nur eine Kasse. Ja. Hier müssen wir in die Innenstadt, glaube ich. Da sind die ganzen Crimes. Waldbrand, schreibt einer. Waldbrand. Wo gibt's einen Waldbrand hier? Da ist doch ein Feld, was brennt. Ja. Egal. Ein ganzer Wald brennt da weg. In Hamburg. In Hamburg. In Hamburg. Komplette Wald, egal. Hamburg Innenstadt. Oh, der hier vielleicht? Ja, der ist sehr verdächtig. Oh, der schreibt sie da weg. Der kriegt direkt Zop-6 unter dem Arsch. Der hat schon vier Platten. Ja, ja, das, das. Ich blockiere den einfach. Jawohl. Jetzt. Jawohl. Rein mit dem. Ich hatte ihn eigentlich auch. Scheiße. Aris, Aris, Aris. Und da vorne am Fußballplatz. Fußballplatz ist einer Automata. Alter. Der macht den fertig da. Jawohl. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt machen wir fertig hier. Mach den fertig. Jetzt kommen die Madics. Jetzt kommen die Madics. Jawohl, Alter. Boah, yo. Der kriegt auch mal viel ein. Zack, noch einen hier. Keiner will nehmen. Ich glaube, er will lieber Ding. Soll ich? Ja, komm. Jetzt schnell zu Aris. Aris, Aris, Aris. Aris. Komm rein. Komm rein, komm rein. Ein bisschen Speedrun. Hat er geliebt? Achso. Aris. Speedrun müssen wir machen. Eindeutig. Bühnenmusik. Da ist er noch. Der ist er noch. Da ist er noch. Da ist er noch. Der Wikinger. Jawohl. Hier, auch nochmal zu Sicherheit. Nochmal tasern hier. Zack. Ja. Ja, jetzt sind einfach Maßnahmen. So, dann würde ich sagen, bringt ihn mal zum Knast. Und ich blitzere Leute einfach jetzt hier. Da dem Polizei-Kollegen. Wir kommen natürlich hier. Blitzig. Warte kurz. Ich habe eine bessere Idee. Hä? Mh. Ja. Du hast keine Idee. Nein. Ja, wurde mir umvoll. Einfach da. Jetzt. Ich habe schon mal einen Polizisten geblitzt hier. Gar kein Problem. Auf die Parkbank einfach gesetzt. Ja, der sitzt da noch. Jetzt muss man gleich ab. 8K-Peace. Sag mal 8K. Der soll 8K geben hier. Aber Dali. Der darf da auch blanken. Wenn er liegt, dann ist er da im Gefängnis, oder? Da er gerade sitzt. Ja, ja. Wollen wir machen? Ja, ja. Wir sind zu dritt. Der ist feiner. Wir sind zu dritt. Und dann? Und dann? Trotzdem in den Knast rein. Ja, ja. Boah. Oh, wow. Jetzt 8K. Okay. So, jetzt hier. An dich. An Greffel. An Greffel mir. Achso, okay. Ja, Greffel dich. Egal. Also mir nicht. Jetzt. Bist du mit den Paisern? Bomben-Pfaisal, Alter. Boah, drei Stück hier, ey. Der soll ich schnell machen hier. Der Bomben-Pfaisal. 7. Hop-Hop, Kollege. Ah, ja. Wenn das nicht schnell genug geht hier, dann knallst du hier gleich. Dann Schabbat. Äh. Handy, Handy. Gold, hallo. Was ist das jetzt hier? Boah, der rennt gleich so weg, war. Aber egal, drei Taser auf den drauf dann. Ja. Bist du dich nervös schon hier? Bist du nervös werde ich jetzt hier, hallo? Also, warte. Warte. Ja, wie warte? Junge, 5, 4, 3, 2, 1 gleich, ey. Warte, Karate. 10 Sekunden. 10. 9. 8. 8. 7. 7. 7. 5. Der eine ist weg. 4, 3, 2, 1. Der ist nicht mehr im Knast. Aber er hat mir gegeben jetzt. Lull? Höh. Was ist das hier? Der hackt sich weg, Alter. Hacker. Der hackt sich weg, Alter. Direkt in den Knast. Direkt in den Knast. Der wollte versucht ein Hacking. Ich schreib. Hacker. Hacker. Was ist denn, Alter? Höh. Der hackt sich gehackt, der wollte sich weghacken, ey. Ja. Junge, 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 ey. So nicht. Das ist Crime, das ist Crime. Das ist Crime. Dafür schließt Platten hier in die Karre. Ey, wir fahren jetzt wieder vor. Ja, wir fahren mal vor, an die Front. Ah, der da ist. Ja, so. Fake SE-Card. Den Humor und. Nein, der. Habe ich ihn nicht. Ja, Manuel hat ihn. Oh, Mann, ey. Aber Cloud, eh, Cloud, don't sue. Überfallen. Na mal. Fertig, eh. Der savent auch noch, der Kollege, ey. Sollt ihr alle drin? Ja, ne? Saver ist das. Boom. Der teamt doch, oder? Ja, ja. Hat er ja nicht im Auto reingetan. Den snipe mal weg. Ah ne, wir sind ja zivil. Snipe mal weg. Snipe mal weg. So, jetzt kriegt der einen auf den Deckel hier, der Kollege. Hallo, 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 hallo. Der kriegt den auf den Deckel jetzt. Guck mal da, guck mal, jetzt, guck mal jetzt. Ja. Jetzt, perfekt. Ja, Carfrosh auf die Eins. So. Wer mag bitte nicht Carfrosh? Jetzt, jetzt will er aber, er will, okay, er will, kein Problem. Er macht Spaß. So, zack. Oh, super. Äh, nicht mit mir hier, Maxim. Iiii. Ach, Carl, was wollen wir denn mit einem? Ach, Carl, ja, Leute, ey. Keine Ahnung. Wir sind drei Leute. Was ist mit den Leuten los hier? Ey, 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 ey. So wie vorhin. Okay, machen wir nochmal, machen wir nochmal. Okay. Dann hack das hier weg. Also, ich schreibe einfach mal die ganzen Crimes jetzt an, ob wir teamen sollen. Den, der ist Crime, dieser Lil. Was ist er? X, Ic, warte mal, wie heißt der? Ic. Ich hab mal, hi, sollen wir Crime Team. So, wer wird noch gesucht? Hier, QZeng. QZeng, Alter. QZeng. Hi, sollen wir Crime Team. So, wer wird noch gesucht? Und der FCS Prime Stars, Alter. Oh, oh, so. Hi, sollen wir Team. So. Ich warte auf eine Nachricht. Ja, voll, Alter. Aber die fahren im Tunnel rein, noch nicht? Nein. Er wird schön fahren im Tunnel. Boah. Jo. Der ist weggezogen. Nein. Wieder Bus. Der wird wegspflicht, ey. Ja. Wo fahren die Bus denn hin? Oder? In die Stadt rein. Ja, also durch den Tunnel, soll ja. Nein, er ist vor dem Weg. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Alter, was? Jetzt weiß ich. Das kann ja nicht wahr sein. Wo seid ihr? Mann. Versteckt. Ja, hier ist 100er. Ansteigen wieder. Ich schreibe, ich schreibe jetzt. Gib mal Gas, schreibe ich jetzt hier. Volle Pulle. Sag ich mal. Volle Pulle. Wieso wobbelt das Ding so? Hä? Jetzt gibt der volle Pulle Gas hier. Gib mal volle Pulle Gas. Volle Pulle. Ja, der geblitzt habe ich den. Da kommt noch einer. Bentley. Ja, sehr gut. Der Bentley auch noch mal blitzen hier. Kein Problem. Jawohl, der bremst gerade. Ja, bestehen. Ender uns. Ach ja, er auch noch. Du wirst auch noch geblitzt werden wieder hier. Passat. Ich habe Passat. Ja, hallo, hallo, hallo. Unter dem Bus bin ich jetzt einfach. So ein Maulwurf bin ich hier. Ich will ihn hochheben. Ich mache mal Auto-Check hier einmal. Reifen-Check. Tja, den Bentley auch geblitzt. Passat ganz gut, eigentlich. Also, warte, ich mache Reifen-Check hier eben kurz. Ja, wir müssen kurz Reifen-Wechsel machen. Ja. Mach mal eben kurz. Ja, ich guck. Warte, ich mach. Formel 1 noch mehr. Ich schreibe die Reifen-Wechsel ganz schnell. Leise ausgestiegen schon, der Busfahrer. Denkt sich auch schon, was ist jetzt los hier? Ja, warte, wir gucken. Kurz euch doch machen. Aber mit Taser drauf kurz. Ja. Hält, oder? Spann, ja. Hält wohl. Ja, ist dran. Jo, jo. Schieben wir in die Ampel rein noch eben kurz. Ja, klar. So. Und dann reicht es auch, den Ding hier. Mehr gibt es nicht. Mehr Service. Ich bleibe hier einfach. Der bleibt jetzt einfach so. Der Bus. Man kann voll gut blitzen von hier. Er gibt Vollgas, aller Junge. Er gibt Vollgas hier. Hallo, hallo. Mord. Der Typ hier, der ist von da hinten bis nach hier gelaufen, hä? Warum? Ja, weil der ist dem Suspekt geworden, hat er gesagt. Ja, mach, der ist Crime, der Typ. Da ist noch einer. Da kommt einer hier angedüst. Blitzen muss ich nicht. Ich sehe nichts. Hey, Bank, Bank, Bank. Ja, Bank, alles klar. Alles gut. Du hast Glück gehabt, Busfahrer. Der steckt jetzt in die Ampel einfach fest. Oh. Jetzt geht es los hier. Jetzt reicht es. So, 300 Team. Wir stürmen hier. Jawohl, er wird er hier. Ja, er wird er wieder. So, kurz. Oder soll ich die Bank ausrauben hier? Warte. Ja, ja. Ausrauben. So, alles gut nehmen wir. Ja, okay. Mehr gibt es hier nicht. Nee, gibt es nicht. Stopp, sich. Jawohl. Stopp, sich. Der Typ schreibt HH8K. HH2. Schau wieder. Schau wieder. Er schreibt, er lacht und dann schreibt er 8K. Wer Joints anstimmt. Ja, dann musst du laufen, ne? Ja, mal. Bringt alles nix. Ist kein Platz mehr was. Ist das Auto wirklich kaputt? Ja, ja, ist kaputt die Karre. Ich schieb mal. Kannst schieben. Ja, dann geht's mal. Alles klar. Los geht's, Leute. Schieb, schieb, schieb. Schieb, schieb mal. Schieb, schieb. Nee, ich lauf, schieb, lauf. Schieb. Ich gehe jetzt in den Bus einfach rein, hier. Ich kann nicht einsteigen. Doch, bin drin jetzt. Ich fahr jetzt zur Polizei, ich hatte mit dem Bus einfach. Ja. Ich werde angeschoben hier. Ja, kein Problem. Oder einsteigen. Ey, die wollen nicht mehr fahren. Ey, die kommen hier rein in die Kirche. Ja, egal. Jetzt ist der andere Busfahrer hier im Weg. Jetzt kommt der da nicht hin. Nee, was ist schon. Also jetzt fährt der weiter. Doch nicht. Egal. Ja, Leute. Das war's dann auch schon mit dem Video wieder. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut unbedingt bei Greffel und bei Nobody vorbei. Die beiden sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann noch so viel zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Schaut rein, Leute. Ciao. Sure. Vielen Dank.